Hallo, ich bin der Arthur, ich bin elf Jahre alt, ich singe mit dem Kölner Domchor mit und ich zeige euch jetzt die Räume der Kölner Dommusik. Kommt mit! Das ist das Foyer der Kölner Domsingschule und hier bin ich zur Grundschule gegangen. Ich war von der ersten bis zur vierten Klasse in der Domsingschule. Wir hatten da schon von Anfang sehr viel mit Musik zu tun. Das ist der Notenraum. Hier holen wir alle unsere Noten vor der Koop-Probe. Jeder hat hier sein eigenes Fach und das ist mein Fach. Das hier ist die Aula. Hier proben wir dreimal pro Woche. Mein Lieblingslied ist Look at the World. Also ich gehe zur Schule, dann komme ich nach Hause und manchmal fahre ich auch direkt zur Domsingschule. Also wenn ich zur Domsingschule fahre, dann gehe ich in die Waschküche. Das ist die Waschküche und hier treffen wir uns nachmittags zum Spielen. In der Waschküche kann man mit anderen Leuten sich treffen und dann Spiele spielen. Man kann doch auf die Wiese gehen, wenn die Wiese nicht nass ist. Wir spielen auf der Wiese Fußball. Oder wir sind auf der Seilfahrt. Ich habe einmal pro Woche Flötenunterricht. Mein Flötenunterricht ist auch hier in diesen Räumen. Das ist praktisch, weil ich kann dann direkt von hier nach da drüben gehen. Super, den Springer darfst du ein bisschen kürzer machen. Prima, jetzt probieren wir den Anfang zweistellig. Okay, wir starten noch einmal. Weißt du noch, was wir eben gesprochen haben? Ja, genau, also ganz lehn dich zurück dabei. Und hier haben wir noch einzelne Räume, wo wir unser Instrument üben können. Also ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020